Der perfekte Moment für Ihren Immobilienkauf. So lauteten, verkürzt gesagt, die Überschriften über zwei Texten, die wir im Februar schon und im März veröffentlicht haben. Der Gedanke dahinter war, die Zinsen für Hauskredite sind leicht gesunken und die Preise ebenfalls. Und deshalb ergeben sich gute Kaufgelegenheiten genau in diesem Moment. Die These lautete außerdem, nach dem Preisrutsch von 2022 und 2023 wird es nicht viel weiter runtergehen. Ja, dieser perfekte Moment, den wir da ausgerufen haben, dauert allerdings tatsächlich länger als gedacht an. Bei den Zinsen hat sich zwar wenig getan, aber die Preise sind in manchen Regionen sogar noch weiter gesunken. Dort ist das Wohneigentum also erschwinglicher geworden. Das hat bestimmte Gründe und da zeichnet sich eine Entwicklung ab, die noch mehrere Jahre anhalten könnte. Und warum das so ist, darauf wollen wir in dieser Folge einen genaueren Blick werfen. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Wie wohnen wir und was ist es uns wert? Der Podcast über Immobilien und Wohntrends zwischen Stadt und Land. Mit Wissenschaftsredakteurin Céline Lauer und Wirtschaftsjournalist Michael Fabritius. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Zwei Zimmer, Küche, Bad. Hallo auch von mir. Schön, dass ihr dabei seid. Céline, ich habe das ja im Einstieg schon kurz angedeutet, aber ich muss jetzt wirklich eine Sache zugeben. Anfang des Jahres waren wir, also konkret mein Kollege, unser Kollege Holger Zschäpitz. Holger Zschäpitz übrigens, der Haus des weltberühmten Podcasts Alles auf Aktien. Also Holger und ich, wir waren fest davon überzeugt, dass eine Art Preistal bei Wohnimmobilien, also Kaufimmobilien erreicht ist. Ja, ja, ich erinnere mich an die euphorischen Nachrichten von wegen perfekter Moment für Immobilienkäufer. Ja, das haben wir echt ein bisschen da ausgereizt. Und hat aber auch wirklich interessiert. Also es hieß, der Tenor war, billiger wird es nicht, weil niedrige Zinsen und niedrige Preise. Und gerade der erste Text, das weiß ich noch, der stieß echt auf großes Interesse im Februar. Sogar die Bauministerin hat diesen Text mal erwähnt in so einem Pressehintergrundgespräch. Meinte dann aber natürlich, ja, hier, das zeigt doch, dass meine Politik erfolgreich ist und die Preise sinken. Und wenn das so ist und tatsächlich die Wohnung erschwinglich, dann kann es ja nicht so schlimm sein mit der Angebotsknappheit. Also das hat sie gleich auf ihre Liste, auf ihre Positivliste draufgezogen. Ja, weil wenn die Leute keine Wohnung zum Kauf finden und sich um jeden Quadratmeter prügeln müssten, dann müssen die Preise ja weiter steigen. Also das war so ihre Interpretation. Ja, mal schön, wenn man so gute Nachrichten erstmal für sich reklamiert. Aber ist in dem Fall vielleicht ein bisschen kurz gesprungen, oder? Weil also die Knappheit, die betrifft ja vor allem die günstigen Mietwohnungen. Das ist ja das große, große politische Thema. Und soweit ich weiß, besteht die nach wie vor. Genau, ja, da hat sie dann irgendwie auch klug drum herum geschifft, wie bei so manchen Themen. Also da ist sie dann einfach oft rhetorisch und semantisch eben auch Ministerin. Aber das zeigt eben halt auch wieder, also solche Ablenkungsmanöver, die funktionieren im Immobilienmarkt wirklich ganz hervorragend. Der Markt ist halt eben vertrackt. Und man muss immer genau überlegen, über welches Marktsegment man spricht. Ob über Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen, über Häuser auf dem Land oder am Stadtrand oder über Neubau oder Bestand. Und ja, das ist alles. Wir lassen jetzt die Politik mal außen vor in dieser Folge. Es hat zwar, wie wir alle wissen und wie wir ja schon oft hier erzählt haben, jede Menge Heizungsfrust gegeben. Der Heizungshammer. Der Heizungshammer. Ja, die Zeile haben die Kollegen von der BILD gemacht. Und das ist immer noch das Ding. Die sitzt, ja. Der Hammer hängt immer noch. Ja, also nur da, da kann man wirklich sagen, da hat die Politik echt einen Dämpfer erzeugt bei den Preisen, bei unsanierten Häusern. Hat das zu etwas stärker fallenden Preisen geführt, als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Aber ansonsten, an dem, was jetzt insgesamt am breiten Markt passiert ist, ist die Politik ausnahmsweise mal nicht schuld, würde ich sagen. Lass uns doch mal konkret auf die Preisentwicklung schauen bei den Kaufimmobilien. Also wir haben schon gesagt, Anfang des Jahres, Achtung, Achtung, alles billig. Aber Überraschung, sie sind seit Februar noch billiger geworden, wenn ich das richtig sehe. Also das Immobilienportal MacMakler, auch ein toller Name, MacMakler also, meldete einen bundesweiten Preisrückgang um 1,6 Prozent im zweiten Quartal 2024. Allerdings, und da haben wir eben diesen Heizungshammer, hätten sich da die eher ineffizienten Häuser, also wir reden von Energieeffizienzklasse F, G und H, um mehr als zwei Prozent verbilligt. Also heißt, umgekehrt dürften die Rückgänge bei den moderneren Häusern weniger stark gewesen sein. Und dann, das betonen wir auch immer wieder, gibt es ja auch noch die regionalen Unterschiede, die wohl zunehmend größer werden. Und das hat jetzt ganz aktuell eine Postbankstatistik gezeigt, über die du auch vor kurzem berichtet hast. Genau, da kommen wir gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Aber zunächst würde ich nochmal was gerne zur Datenlage sagen, weil da geht echt doch immer wieder einiges durcheinander. Das liegt halt einfach daran, dass wir in Deutschland eine schlechte Datenlage haben. Marktbreite Durchschnittszahlen, wie jetzt diese 1,6 Prozent von MacMakler, ich finde, die machen immer weniger Sinn, muss ich sagen. Das zeigt nämlich wieder eine andere Zahl. Jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen, kam nämlich der Kreditvermittler Interhub aus München und hat jetzt gesagt, ja, nee, die Preise sind seit Jahresanfang um zwei Prozent gestiegen. Also der eine sagt Plus und der andere sagt Minus für einen ähnlichen Zeitraum. Da kann irgendwas nicht stimmen. Und dahinter steckt im Grunde genommen ein Phänomen, dass diese Überblicksdaten, diese bundesweiten Daten nicht beschreiben können. Der Markt driftet auseinander, einerseits was den Zustand und damit den Sanierungsaufwand angeht und andererseits aber eben auch die Region. Und übrigens haben die Statistiken auch immer sehr unterschiedliche Basisdaten. Gerade die von Preisportalen sind damit vor sich zu genießen, weil die beziehen sich meistens auch nur auf das eigene Datenuniversum, also die Angebote, die die jeweils selber haben auf diesen Plattformen. Und die haben natürlich längst nicht alle Anzeigen, alle Kaufanzeigen, die es gibt. Und dann sind es eben auch einfach nur Angebotsdaten. Das heißt, die Preise, die sich die Verkäufer wünschen. So, was denn wirklich daraus wird, ist immer eine andere Frage. Dazu kommen wir gleich auch noch. Etwas mehr Qualität als jetzt diese reinen Angebotsdaten bietet der sogenannte EPX-Index. Das ist von der Kreditplattform Europace. Über den haben wir ja auch schon gesprochen. Da werden immerhin jeden Monat Hauskredite in zweistelliger Milliardenhöhe gehandelt. Da kommen also viele Daten zusammen. Und das bezogen auf echte Kaufabschlüsse, also echte bezahlte Preise und nicht die Wunschpreise. Also da kann man schon ein bisschen mehr mit anfangen mit diesem EPX-Index. Okay, noch ein Index. Schön. Aber ich warte jetzt eigentlich immer noch auf den perfekten Moment, muss ich sagen. Kommt der noch in dieser Folge, oder? Ja, nee, der dauert ja noch an. Das ist ja das Tolle daran. Ich würde jetzt aber erstmal nochmal ganz simpel zusammenfassen. Nach dem Zinsanstieg sind die Preise gefallen. In manchen Gegenden nur um zwei oder fünf Prozent. Und anderswo dafür sehr ordentlich zweistellig. sogar 20 oder 30 Prozent. Ja, das gab es auch. So, und jetzt wieder zurück zu diesem Index von Europace. Die haben gesagt, in diesem Juni haben die Preise für Wohnimmobilien erstmals wieder das Vorjahresniveau überschritten. Sind also ein kleines bisschen teurer als das, was vor zwölf Monaten war. Also im Juni 2023. Eigentumswohnungen sind jetzt angeblich 0,8 Prozent teurer. Also das ist irgendwie da, sehen die jetzt wirklich so ein bisschen so eine Trendwende. Und damit, Céline, das würde heißen, der perfekte Moment ist jetzt wirklich langsam vorbei. Also das sind doch jetzt wieder bundesweite Durchschnittszahlen. Und wir haben doch jetzt gelernt, dass die wenig aussagekräftig sind. Also klingt jetzt für mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen, als würdest du deine leicht verfrühte, das ist die perfekte Welle, pardon, der perfekte Moment, Geschichte rechtfertigen wollen. So nach dem Motto, haha, ich war ja doch, ich lag ja doch richtig. Und jetzt steigen die Preise wieder. Hurra. Okay, gut, also Touché, ich habe dir, aber ich habe ja schon am Anfang zugegeben, die Geschichte war, also wir waren einfach ein bisschen zu früh. Wir sind echt tatsächlich vor der Welle geschwommen. Du bist Avantgarde. Das war, oder wie man am Aktienmarkt sagen würde, Frontrunning haben wir gemacht. Und ja, was auch immer. Ich lasse das jetzt mal besser sein mit den großen Plus- und Minuszahlen. Ich würde gerne noch eine Sache hinzufügen, was die Daten nochmal angeht. Europace bezieht in seinen Index auch Marktdaten von Value mit ein. Das sind so im Grunde genommen Analyseunternehmen, die arbeiten auch mit großen Datenmengen und Algorithmen. Und die gucken sich auch immer an, wie das Verhältnis aussieht. Und das finde ich jetzt interessant. Zwischen dem Wunschpreis der Verkäufer, also das, was man auf den Immobilienportalen sieht, und den tatsächlich beim Kauf gezahlten Preis. Ist dieses Delta zwischen den Preisen groß, dann heißt das, die Käufer akzeptieren die Preise nicht, die vom Verkäufer aufgerufen werden. Und ein weiterer Rückgang ist dann zu erwarten. Logisch. Ist das Delta kleiner, passen die Vorstellungen von Käufer und Verkäufer immer besser zusammen. Und da berichten die Value-Experten jetzt Folgendes, dass Delta schrumpft, und zwar in allen Marktsegmenten, auf dem Land auch und auch bei ineffizienten Immobilien. Okay, heute verwirrst du mich, Michael. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir widersprechen uns gerade, weil was du gerade sagst, heißt doch, dass selbst eher unattraktive Objekte in ländlichen Regionen nachgefragt sind. Ich dachte, dort bleiben die Eigentümer tendenziell eher auf ihren Häusern sitzen. Ja, nee, genau. Da fehlt jetzt halt noch die eine Erzählung aus diesem Europace-Index und aus der Beobachtung davon Value. Das ist nämlich so, das klingt jetzt wirklich alles theoretisch, aber in der Praxis ist es ganz einfach. Beispiel aus dem Emsland, das habe ich jetzt selber auch mitbekommen. Da hat ein Haus vor drei Jahren jetzt sagen wir mal 450.000 Euro gekostet. Und jetzt sind die Verkäufer auf 350.000 Euro runtergegangen. Ja, wegen höherer Zinsen, wegen höherer Sanierungskosten. Die mussten praktisch den Preis dem Markt anpassen. Und damit treffen die jetzt die Preisvorstellung der Käufer, dass jetzt diese besagte Delta was gesunken ist und das Ding wird jetzt verkauft. Das heißt also, es gab schon Kaufinteressenten, die standen gewissermaßen da, aber haben nur abgewartet. Und diese Kaufinteressenten sind auch in der Provinz noch da. Okay, die warten sozusagen, bis das Angebot bei einem Preis liegt, wo sie gerne zuschlagen wollen. Ja, es ist ein bisschen, also man muss leider hier echt so mehrdimensional das Ganze angucken. Wir haben den Zeitfaktor und den Raumfaktor. Lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Die Nachfrage ist weiter hoch. Beim Angebot gibt es relativ wenig Veränderungen. Also irgendwie und irgendwann werden die Preise wieder steigen. Und dann ist dein perfekter Moment wirklich vorbei. Ja, das ist das Wichtigste. Dann aber wirklich. Ich werde Recht gehabt haben. Genau. Das ist ja sowieso das Wichtigste. Genau. Das können wir auch hier übrigens in Redaktionen. Aber es gibt ja auch noch einen anderen Vergleichsaspekt und das sind die Mieten. Und jetzt komme ich auch endlich zu dieser Postbank-Statistik. Da geht es nämlich immer auch um die Frage, was ist günstiger, kaufen oder mieten. Und das finde ich als Mieterin natürlich besonders interessant, weil man sich ja immer denkt, überweise ich das jetzt an meinen Vermieter oder stecke ich es nicht lieber in mein Eigenheim. Und die Postbank berechnet, wie viel Prozent des verfügbaren Jahreseinkommens ein Haushalt ausgeben muss. Entweder für den Kauf einer Wohnung vor Ort oder eben für die Miete. Und das ist ja wirklich so eine Betrachtung so richtig mitten aus dem Leben. Und hier finde ich bei dieser letzten Statistik, da liegt übrigens eine Markterhebung des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts zugrunde. Da finde ich total interessant, fast überall sind die Haushalte mit einer Mietwohnung weniger belastet als mit einem Immobilienkredit. Also um das jetzt mal mit Zahlen zu unterfüttern, nur in 37 Landkreisen zahlt man weniger für den Kauf als für die Miete. Und wenn man in die Städte guckt, ist es natürlich nochmal eine Sonderlage. In Berlin ist es zum Beispiel inzwischen so teuer wie München. Da muss man in beiden Städten als Durchschnittshaushalt mehr als 46 Prozent des Jahreseinkommens ausgeben. Also fast die Hälfte für eine gekaufte Eigentumswohnung. Bei der Miete sind es in beiden Städten um die 26 Prozent. Da lehne ich mich jetzt natürlich zurück und sage, alles richtig gemacht. Ja, also klar, bei dem Niveau ist der Durchschnittsberliner jetzt eigentlich raus. Wobei, da muss man noch zwei Dinge dazu sagen. Also einmal, die Postbank, die einfach diese Daten benutzt von den Hamburgern, vom HWWI, da kommen die Kaufnebenkosten noch dazu. Also das Eigenkapital für Kredit und Kosten für Notar und Grundbuch und vor allem die Grunderwerbsteuer, vielleicht sogar noch für den Makler. Und das sind denn alles Beträge, die liegen weit oberhalb von 100.000 Euro. Also diesen Markteintrittspreis haben die praktisch unberücksichtigt gelassen. Aber wichtig ist, und das werden jetzt alle Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch sofort gemerkt haben, die Postbank, da wird ein Aspekt ausgelassen, nämlich den Vermögensbildungsaspekt. Betrachten die nicht so richtig genau. Hier geht es nur um die jährlich laufenden Kosten. Also sozusagen jährliche Kaufkosten für Zins und Tilgung und jährliche Mietkosten. Dass eine Wohnung irgendwann abbezahlt ist und damit hat man dann Vermögen gebildet, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Aber wir reden ja über Preise und dabei bleiben wir jetzt aber auch. Und die Statistik zeigt, die wir auch immer schön in einer Karte abbilden, übrigens mit grün und rot gefärbten Städten und Landkreisen, diese zeigt, dass es doch etliche Gebiete gibt, in denen man deutlich weniger als 30 oder sogar 25 Prozent des Haushaltsnettos für die eigene Hütte bezahlt. Also es gibt auch wirklich sehr bezahlbare Regionen, und das würde ich damit sagen. Ja, das ist wirklich ganz interessant, wenn man sich diese Karte anguckt. Ich habe das mal gemacht. Also dunkelgrün ist dann quasi, dass man nur bis zu 15 Prozent des Haushaltsnettos bezahlen muss und drei Viertel dieser dunkelgrünen Regionen, wo man also wirklich sehr, sehr erschwinglich zu Wohneigentum kommt, liegen in Ostdeutschland, also vor allem in Thüringen, Sachsen, Anhalt und Sachsen. Und außerdem gibt es noch so ein bisschen, naja, Kleckerkram in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und übrigens auch in meiner saarländischen Heimat. Im schönen Saarland. Im schönen Saarland. Da ist noch was zu kaufen. Leute greifen zu. Da ist noch was frei. Genau. Tief rot und damit quasi unbezahlbar ist es dagegen vor allem natürlich Metropolen, also Hamburg, Berlin, München, klar, aber auch Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und interessanterweise auch in den, ich nenne sie jetzt mal Turi-Regionen, also an den Küsten, Nordostsee und im Voralpenraum. Und bei den Mieten muss man auch noch eine Sache ergänzen. Das werden die Experten unter unseren Hörern auch schon längst gemerkt haben, dass da irgendwas nicht so richtig stimmen kann. Also bei den Mieten ist auch die Frage, was kann ich als Ökonom, was kann ich als Hamburger Institut überhaupt nutzen? Und die nehmen natürlich die aktuellen Mietspiegelwerte, also die Preise für alte, laufende Mietverträge. Und das hat natürlich nichts zu tun mit den Angebotsmieten, die Vermieter inzwischen aufrufen, wenn eine Wohnung also frisch verbietet wird. Wenn ich jetzt als Mieter umziehe in einer der stark gefragten Städte, dann komme ich nicht mit der Jahreseinkommensbelastung aus, die die Postbank hier vorrechnet. Außer ich ziehe halt raus aus der Stadt aufs Land. Genau. Und damit kommen wir jetzt endlich zum letzten und aus meiner Sicht auch fast entscheidenden preisbestimmenden Parameter auch für die Zukunft. Energieeffizienz und Heizungen sind das eine, aber die werden irgendwann auch mal ausgereizt sein, denke ich mal. Aber wenn man eben diese Karte mit den billigen Landkreisen neben eine Karte legt, die die Bevölkerungsentwicklung in diesen Landkreisen zeigt, dann sieht man ziemlich schnell, wo die Menschen eher abwandern, sinken die Preise weiter. Und das nicht nur für zwei Jahre, wie jetzt nach dem Zinsanstieg, sondern nachhaltig, fast dauerhaft, könnte man sagen, wenn man die Inflation abzieht. Genau, das ist auch wichtig, also preisbereinigt. Und das kann wirklich sein, also und auch jetzt schon fand ich das erstaunlich bei dem Blick auf die Karte, da gibt es echt Landkreise, da kann man mit einem Mini-Anteil des verfügbaren Einkommens zum Wohnungseigentümer werden oder Hauseigentümer. Die Ökonomen aus Hamburg legen immer das jeweils lokal verfügbare Einkommen zugrunde. Also im Thüringer Wald das Einkommen im Thüringer Wald und in Berliner Charlottenburg eben was anderes. Häuser haben sie übrigens leider nicht in der Statistik. Die nehmen immer Eigentumswohnungen, um eine Vergleichbarkeit zur Großstadt zu ermöglichen. Aber für den Überblick würde ich sagen, reicht das. Mal ein paar Beispiele. Im Landkreis Elbe-Elster, das ist im Süden Brandenburgs, in der Niederlausitz, da zahlt man laut HWWI, also Hamburger Ökonomen, nur 8,4 Prozent des Jahreseinkommens fürs Wohneigentum. Also für Zins und Tilgung übrigens, das ist das, was die als Kosten da anrechnen. Im Altenburger Land in Thüringen sind es 8,5 Prozent und im Vogtlandkreis in Sachsen auch nicht viel mehr. Und übrigens, ich war mal vor ein paar Jahren in Katzhütte in Thüringen, da in der Provinz irgendwo, da kannst du echt ein Haus, ein Familienhaus für 5.000 Euro kaufen. Ja, schön. Ja. Denn nichts wie ab in den Thüringer Wald. Wenn es nicht ins Saarland gehen soll, ja. Ich kann das aber auch noch ergänzen, die Forschungseinrichtung der Deutschen Bank, die nennt sich DB Research, hat sich ganz aktuell diese Bevölkerungsprognosen mal angeschaut bis 2040 und dann dementsprechend auch Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt abgeleitet. Und die Forscher glauben, dass wir in Sachen Bevölkerungswachstum einen Peak erleben werden, so um 2032 mit 85,4 Millionen Einwohnern, also bundesweit. Das wird dann aber bis 2040 nochmal ein bisschen abnehmen. Und das wird man dann auch entsprechend auf dem bundesweiten Wohnungsmarkt sehen, der sich dann, so sagen die Forscher, zusehends entspannt. Können wir mal schauen, ob die auch recht behalten. Da werden jetzt natürlich auch wieder kritische Hörerinnen und Hörer sagen, Moment, was ist mit der Zuwanderung von außen? Aber das ist jetzt, glaube ich, ja, irgendwelche speziellen Effekte, gewisse Schock, Zuwanderungseffekte oder ähnliches, werden die da nicht berücksichtigt haben. Genau, und sie sagen auch zum Beispiel, dass die Zuwanderung, also sie berücksichtigen das auch, kann man sich im Detail durchlesen, aber sie sagen, sie gehen davon aus, dass die Zuwanderung auch tendenziell eher abnehmen wird. So, was heißt das jetzt konkret? Für die elf Metropolregionen heißt das, die werden weiter wachsen, enorm zulegen, muss man sagen, mit fast zwei Millionen Einwohnern mehr als Stand heute. Die allermeisten davon in Berlin, Hamburg und München. Also dort muss man sich noch darauf gefasst machen, dass es noch enger werden wird, sozusagen. Aber auch Großstädte außerhalb dieser Metropolregionen werden weiter wachsen. Da sind als Beispiele zum Beispiel Aachen, Bielefeld, Dresden, Kiel und Münster genannt. Und auf der anderen Seite muss man aber sagen, wird es immer mehr Regionen geben, in denen es wegen der schrumpfenden Bevölkerung eher zu viel als zu wenig Wohnungen gibt. Also ein Überangebot. Allerdings muss man auch sagen, das wird eben vor allem die infrastrukturschwachen Kreise betreffen und dort werden die Leute kaum in Scharen hinziehen. Das heißt, es wird zu großen regionalen Ungleichgewichten kommen und in vielen Metropolen und Großstädten wird die fundamentale Angebotsknappheit erstmal noch weiter zunehmen. Das Fazit. Nach einer Faustformel sollte man nicht mehr als ein Viertel des verfügbaren Einkommens, vereinfacht gesagt, sind das alle Einkünfte, Nachsteuern und Sozialabgaben, für die laufende Eigentumsfinanzierung ausgeben. Faustformel. Eine Untersuchung der Postbank zeigt jetzt, in insgesamt 331 Städten und Landkreisen, das Gros davon ist in Ostdeutschland übrigens, liegt die anteilige Einkommensbelastung beim Kauf unterhalb der 25%-Schwelle. Ist also nach dieser Definition erschwinglich. Doch das sind eben die oft dünn besiedelten Regionen mit auch geringer Nachfrage nach Wohnflächen. In den großen Städten dagegen ist der Kauf teuer und er wird es aufgrund des anhaltenden Wachstums dieser Metropolregionen auch erst einmal bleiben, aller Voraussicht nach. Das heißt, unterm Strich, Mieten ist immer noch günstiger, jedenfalls bei laufenden Mietverträgen. Allerdings gilt hier natürlich auch, wer sein Leben lang Miete zahlt, hat unterm Strich irgendwann immer so viel ausgegeben, wie er für eine eigene Immobilie gezahlt hätte. Nur, dass er dann eben am Schluss nicht in der abbezahlten Wohnung sitzt. Das muss man also berücksichtigen. Man hat nicht immer die Wahl. Unter dem Strich, jedenfalls scheint der breite Preisverfall in Deutschland vorbei zu sein. Die neuesten Statistiken zeigen einen ganz allmählichen Aufwärtstrend. Laut Kreditplattform Europace lagen die Preise im Juni 2024 erstmals seit Längerem wieder über dem Vorjahreswert. Und damit könnte der perfekte Moment für Käufer tatsächlich bald vorbei sein. Das war es für heute von uns. Vielen Dank, dass ihr nochmal zugehört habt und euch alles über den perfekten Moment und ob er jetzt vorbei ist oder nicht habt, erzählen lassen. Ganz genau. Bitte schaut hin bei den Zahlen. Da gibt es immer mehr Wirrwarr und wir werden auch weiterhin darüber aufklären. Wir hören uns dann wieder am kommenden Dienstag mit einer neuen Folge von Zwei-Zimmer-Küche-Bad und auf Weltplus und bei Apple Podcasts erscheinen wir sogar immer zwei Wochen früher. Wenn ihr Feedbackfragen, Themenideen oder Anregungen habt, wo man auch noch erschwingliches Wohneigentum kaufen kann, dann schreibt uns immer gerne an 2zkb-at-wild.de und natürlich freuen wir uns auch immer über eure Bewertung und eure Abos auf den einschlägigen Plattformen. Bis nächste Woche dann. Ciao. Macht's gut. Tschüss.